Im Sport ist es egal, welche Hautfarbe man hat, woher man kommt, welche sexuelle Orientierung man hat oder ob man eine Behinderung hat oder nicht. Denn im Sport sind wir alle gleich. Wir setzen uns Ziele, wollen diese erreichen und arbeiten sehr hart dafür. Und wir wissen auch, all diese Ziele können wir nicht alleine erreichen. Denn wir brauchen immer ein gutes Umfeld, ein gutes Team, um die Ziele erreichen zu können und ein perfektes Trainingsumfeld zu haben. Also Sport verbindet. Lassen auch Sie sich in Zukunft mehr vom Sport bewegen. Vielen Dank. Sagt Kira Grünberg von der ÖVP. Sie ist Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, für die Volkspartei und ehemalige Leistungssportlerin. Der Sport formt unseren Körper, sagt sie.